Ich stelle mich eigentlich bisher gar nicht mal so dumm an, obwohl ich das schon lange nicht gespielt habe. Oh, okay, jetzt schon. Ähm, wow, das war vielleicht mal knapp. Das hätte direkt ein Fail sein können. Oh, fuck, ich werde verkacken. Ja, verkackt. Oh. Ja, okay, da hatte ich einen Pass. Sollte ich dich langsam mal... Ups. Nein. Ach. Gibt's nicht. Oh, nee. Ja, das sollte man verändern. Oder wer? Was? Besser was, ihr hundert könnt nicht mal. Alle beide. Vielleicht halte ich mich einfach nur zu einem hier. Fuck. Er hat mich direkt in den Tod geschossen. Bülow. Genau. Genau. So kann man es natürlich machen. Oh, was haben wir denn hier drin eigentlich? Ah ja. Noch mehr solche Puzzis. Müssen wir hier runter oder? Scheinmal ja. Scheinmal nein. Von hier kamen wir, ne? Ja, ich muss in die Richtung. Ich habe Alzheimer. Wie? Ich bin ein Zuh. Langsamer Sprung. Oh... Oh. Meine Fresse! Du meint muss bestraft werden. Oh. Spinnst du? Ich lauf auch noch rein, wie so ein... Ja gut. Bis jetzt hatten wir aber noch kein Game Over und das werde ich vermeiden. Du bist ja gar nicht mal so... so gefährlich oder irre ich mich da die sind irgendwie beide ganz schön gefährlich lauf doch du nein fuck ich bin ja froh dass ich endlich wieder bei dem bin aber irgendwie auch nicht so und jetzt haben wir einfach nichts besseres zu tun als zu sterben ja sehr schön so macht man es oh man das sieht mir doch irgendwie verrächtlich aus fuck nie wieder entweder mache ich das spiel fertig oder das spiel macht mich fertig aber ich glaube es wird eher andersrum passieren oder es macht mich doch fertig was darf ich da nicht durch was brauche ich denn da um da durch zu kommen das auf jeden Fall nicht oh Gott nein natürlich game over komm ja also ich glaube ich stelle mich gar nicht mal so blöd an wenn ich weniger Leben habe Alter der blockiert den Angriff der ist unverschämt unverschämtes Valkyr fuck ich wollte noch mal ein Kamerania machen nein es sind so übertrieben viele wie bitteschön ich könnte das ganze Level jetzt nochmal von vorne anfangen ganz ehrlich mit meiner Dummheit ist echt nichts zu spaßen gut ich habe meine Dummheit gedeckt und werde es gleich besser machen wenn ich gleich tot bin und dann schaue ich es auf einmal das wäre es ja noch ja das war klar ok ich versuche rauszuweichen ja was passiert ich kann nicht wenn mich irgendwas trifft ich wette das war dumm so also die Ravenarmee ist uns bis hierher gefolgt und ja so fängt doch schon mal ein ganz guter Part an neuer Versuch oh Gott das war der dämmste Fail ja dann triff mich halt oh das war eigentlich doch nicht ernst Idioten haha der läuft einfach da runter haha haha ich brauche nichts zu machen nice natürlich Son Goku äh braucht keine Arbeit er sucht sich lieber Arbeit aber aber ja das ist so mann nur weil ich diese scheiß Kamera rausschalten wollte nehme ich mich auch langsam auf den Keks ja natürlich darf ich wieder von hier starten das ist ja sehr schön so gut so kann man Gegner auch besiegen und ich bin fast tot das bemerke ich erst jetzt das gibt es einfach nicht wenn ich so spät bemerke dass ich fast tot bin so wir sind jetzt unbesiegbar also mir stört das jetzt nicht das kennen wir ja auch schon oh ne ich hätte mich sicher auf die Steine stellen dürfen ja und er tut sich erstmal selbst ja natürlich ich würde mich auch schämen du bist nicht der einzige Kumpel komm her put 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 hehehe öh war ich nicht fertig und nochmal hier von Kosten schmeckt gut oh ne nicht schon wieder der und der haut mich der haut mich der haut mich das darf er nicht sonst haue ich zurück oh warte wie viele kommen denn noch von euch ich würde sagen mehr als genug ich würde sagen mehr als genug an denen es vorgesehen ist eieieiei oah leg mich kack red ribbon an mir echt ich bin froh wenn ich jetzt los bin ihr seid ja wie die Zecken man hat euch einmal und dann hört man euch gar nicht erst lieber los wieder so ein Türschrackenfass mit denen die Türen auf sich hat sehen wir nämlich so verdächtig aus fuck das gibt's doch gar nicht du kannst mich mal au ja das hat man davon versteh ich schon was eieiei wie soll man das ausweichen was kann man da zurückfeuern ich bin tot sag ich doch oh gott war ja versuch okay jetzt versteh ich doch fuck aber ich hab's verstanden es reicht langsam oh uh Stück alt Metall ohne Witz es ist unmöglich gegen diesen fetten spass spass man ich hasse es ich mir tut ich schon weh weil ich mir so oft dagegen geschlagen habe man ja komm es ist auch unmöglich gegen dich fettes rindfieb zu sch scheiße ich hasse es einfach ich hasse dieses fette rindvieh rindvieh ja komm schlag doch noch her dazu fuck alter man ich hasse dieses fette rindvieh einfach nur so derart gerade es ist unmöglich gegen dieses fette rindvieh anzukommen es geht einfach nicht es geht einfach nicht nicht viel macht mich so müde jetzt kann ja fick dich meine fresse hat alter nein es war so klar block doch du und trecksack alter ich hasse seine attacke genau fang doch gleich mit der scheiße an ist das hier das reinste oder ist das hier das reinste labyrinth oh gott echt oh fuck ja es ist jetzt halt ich kenne mich hier nicht aus das gibt's doch nicht hasst mich doch alle mal um gottes wenn nein ich stand sogar noch drauf kommt noch ein game oh weih wie wie denn auch hier bin ich schon wieder ganz richtig oh mein gott nein 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 basta oder es war so klar es war so klar es war mir sowas von klar wie knapp war das bitte schön schon wieder trommel töte ihn sofort trommel so sieht er auch aus genau wieso 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 ich hab doch das kamehameha gemacht ich hab das kamehameha gemacht ich hab losgelassen aber er hat sich ausgeführt es ist doch es ist kein verblä so mein freund ich sag dir kein bass auf dieser welt macht mich hier fertig sagte gar keiner